Hi. Wenn du gefangen wirst, wirst du bestraft. Tschüss. Schicksal hat dir jeden. Tschau. Okay, dann kämpfen wir. Verfluche, Sauerlaken. Gut, dass wir noch eine Hoverbomb haben, wa? Was sagst du? Wenn ich doch nur entkommen könnte, ja kannst du jetzt. Und da sind wir. Da hängt ein Skelett. Damit hat er nicht gerechnet. Damit hast du auch nicht gerechnet, wa? Ich verfluche dieses schreckliche Leben. Das ist aber auch noch schrecklich, weil die hier in den Katakomben abhängt, wa? Hast du meine Bruder gesehen? Sie verstecken sich. Noch nicht. Ja, so eine Spinnenbombe. Shit. Okay, fuck man. Da sollte ich nicht reinfallen. Das würde meinen sofortigen Tod bedeuten. Das wollen wir echt nicht. Boah, Alter. Ich bin so hungrig. Aber da unten ist ein Durchgang. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das sind die Brüder. Guck mal. Guck mal. Hast du unseren Bruder gesehen? Ja, er arbeitet in den Minen. Danke. Nimm diesen Schlüssel. Danke, mein Freund. Du musst der Auserwählte sein. Nimm diese Potion. Danke, mein Freund. Noch brauchen wir sie nicht. Das ist auch nicht weiter schlimm. Besser haben als nicht haben. So, das hätten wir auch. Komm, wir kämpfen. Ah! Das hast du ja wohl nicht geglaubt, dass du da überlebst, mein Freund. So. Hoch. Wenn ich doch nur den Levitator stehlen könnte, den hab ich ja jetzt. Warte mal hier. Eine Nervenbombe. Und einen Schlüssel. Und... Shit. Das war nicht so perfekt. Aha. So, jetzt warten wir mal kurz. Danke. Okay. Mach mal denn nicht, dass wir hier elendig... ...fracken. Oh, her damit. Autsch. Das sieht natürlich keine Energie ab. Aber sieht lustig aus. Moin. Moment, kann ich dir Bescheid sagen, was mit seinem Bruder das ist? Have you seen my brothers stay hiding? Ja, hab ich gesehen. So. Damit hätten wir das. Moin. Was? Oh. 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 Gefeat Salak. Also es spricht sich schnell rum, dass du Salak besiegen möchtest. Oder dass du es weierst. Nimm diese Waffe, mein Freund. Es wurde einer Waffe gestohlen. Sie ist stärker als das, was du da hast. Ich werde die an alle die erinnern, oder mich erinnern, die mir in Salaks... ...defeat helfen. Die gewohnt. Also die mir beim Bezwingen Salaks helfen. So, jetzt... ...fass der Verspür. Ja, mach. Schön. Wir gehen erst mal hier. Werde dir helfen, mein Freund. Na, oder auch nicht. Das hast du verdient. Die hat's drauf, die Gön. Die Gön. Schaffen oder so? Ja. Ich versuche dieses schreckliche Leben. Na, danach. Ich verzeige. So. Und... 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 Tut mir leid, Odi. Oh, oh, oh. Herkomm. War nicht so... nicht so geplant. Komm. Ein Schlüssel. Ein Eisenschlüssel. Man kann sie halt nicht alle retten, auch wenn man das möchte. Du bist gut. Verfluche, Salak. Warum hilft der denn nicht? Egal, nicht hinterfragen, einfach machen. In den Rücken geschossen. Ich würde mal sagen, den Kampf hast du verloren. Ein Brückenschlüssel, aber ich gucke erstmal da unten. Hallo? Nix. Okay. Dann schreibe ich mal eben die beiden Wespen und dann gehen wir durch den Wasserfall. Wenn du gefangen worden wirst, wirst du bestraft. Fuck. Sorry, sorry, sorry. Da war ich zu schnell. Da war ich eindeutig zu schnell. Ich habe eine Hefjärre-Bom. Someday auch die Begrübi fliegen. Eisenschlüssel. Erstmal nix in Ordnung. Perfekt. Galadriel. Kyle, es ist gut dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Ich bin... Ne, wer bist du? Ich bin Galadriel. Erinnerst du dich an mich? Warst du es, der mich zur Erde gesandt hat? Ja. Und ich war es, der dich zurückgeholt hat. Dein Schicksal steht bevor. Du musst den Seher finden. Ein Hand, also One Hand. Wenn du versagst, wird deine Quest erfolglos sein. Ich will dir so gut helfen, wie ich kann. Gehe schnell. So, wir haben einen Punkt hinzubekommen. Oh, Salak ist glaube ich ein bisschen sauer. Flaros, äh... Erbe ist zurückgekehrt. Wenn er zerstört ist, wird niemand mehr uns im Wege stehen. Findet und vernichtet ihn. ... ... ... ... sie eine drohte Bruder in Schwierigkeiten müssen ich muss ihnen helfen fuck hey shit, falschen Knopf das war scheiße nutz diese Bombe, die Androti werden sie kreis sein, danke mein Freund fuck, ich konnte einen nicht retten, ich meine das ist jetzt nicht allzu dramatisch ne, aber der Seher will, dass du diese Potion hast, danke mein Freund um ging es auch lang ich schaue nur ok, war nix wir müssen sich natürlich ein bisschen erkundigen ok, da geht es nicht weiter hier war der, ah ok da ist ein roter Typ ein Androti Brody äh, wenn du den Levijator hast, dann kannst du auch die Wespen kriegen, ok in die Teile bin ich besser nicht rein weg damit sein Jungfrau zu diäten hua ich denke, dass dieser Schlüssel dir helfen wird, bitte nehm ich danke mein Freund ok, nein, er hat aber einen Schlüssel, den wir da benutzen können, um nach oben zu gehen hoch die süßen Sound exakt okay dafür brauchen wir die erste mal ist klar das heißt oben schlüssel tor auf und dann rote wache erledigen der bestimmte levitator oder zumindest was in der richtung vielleicht hat er auch Bomben hier werden wir diese komischen Bomben öfter benötigen denn die kriechen so über dem Boden da sind so wie will man das nennen Brandbomben oder was haben wir hier da möchte ich drüber springen wohin fallen wir denn da kann man da gucken das ist ein zwei keine Ahnung zu tief mir zu tief der sehr will ich sehen und der sehr will dass du diese potion hast danke so wir helfen unserem androhti kollege natürlich die androhti würde eines Tages sicher sein ich nehm mal eine potion hier geht alles schief jetzt ist er da oben auch noch krepiert sind wir jetzt hier auf der höhe von einem andromedog schön von hinten da hast du vollkommen recht alles hier nimm diese bombe danke wenn du den levitator kriegen kannst dann kriegst du auch die wespen der hat bestimmt levitator ne der hat die ist das ne abkürzung da unten oder was ich trau mich nicht äh ist das ne abkürzung ich trau mich nicht ich lass einfach fallen alles klar na abkürzung hui haja haja na diesmal nicht tja damit hast du nicht gerechnet wa so jetzt rennen wir durch und zack so wie haben wir hier und das war noch ein battle auf weiter flur haja 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 also weiter geht's n n n e n n n n n Vielen Dank.